Und? Hast du was für mich? Das ist ein Weltklasse-Schmuggler-Mann. So dumm, dass dein Talent nicht auf deinen Schwager abgefärbt hat. Was ist passiert, Andy? Ich hab was geschmuggelt. Der Zoll ist aufgetaucht. Wir mussten das Paket entsorgen. Er hat's weggeworfen und steht in der Kreide. Du kennst die Regeln. Du weißt, was passiert, wenn du nicht zahlst. Wenn sie das Geld von ihm nicht kriegen, dann kommen sie zu uns. Ich will dich nicht im Gefängnis besuchen müssen. Ich weiß, was ich tue. Komm einfach wieder nach Hause. Was schmuggeln wir? Weißt du noch letztes Mal? Das Falschgeld? Wie viel ist das wert? Etwa 140 Millionen. Wo ist mein Kumpel Jesus? Andy Wölfe verfüttert. Was, im Ernst? Das Geld ist weg! Du könntest aber auch was für uns tun. Ich bring keine Drogen mit. Wenn du mit leeren Händen zurückkommst, legen die Kate um. Lauf, Andy! Bleib weg von meiner Familie oder ich leg dich um. Ruf deinen Mann an! Und sag ihm, wehe, er wirft es ins Wasser! Hast du mich verstanden? Ich komme und ich werde dich erwischen. Mach den Container auf! Denkst du, du bist der Einzige mit einer Waffe? Drücke ab, los! Du bist am Ende. Vertrau mir. Ich krieg das schon hin. Ich krieg das schon hin. Es ist eine Waffe, ich bin ein paar chrome. bare mir. Ich krieg das schon hin. so wer mich zu ihm. Ich kriege das schon hin. Weil Sie mich bei dir gehen.